Hallo Leute, heute bei kurz vorgestellt haben wir das Spiel Lama aus dem Hause Amigo. Das ist ein Spiel für zwei bis sechs Spieler. Es ist ab acht Jahren geeignet und eine Runde dauert ungefähr 20 Minuten. Ziel des Spiels ist es, all seine Handkarten loszuwerden. Dabei sind besondere Regeln zu beachten. Eine 2 kann man zum Beispiel nur auf eine 1 oder auf eine gleichwertige 2 legen. Wer seine Handkarten nicht losgeworden ist, bekommt eine entsprechende Anzahl an Minuspunkten, die man jedoch in den anderen Runden loswerden kann. Viel Platz braucht man nicht, man legt nur die paar Karten in die Mitte, man legt ein paar Münzen zur Seite und halt dann auch dementsprechend die Münzen vor sich, falls man welche bekommen sollte. Das Spiel kostet um die 10 Euro und ist ein ganz nettes Spiel für zwischendurch.